Würde ich sagen, dass wir erstmal hier die Bäume und so alle niedermachen und das, wo ich rankomme, das nehme ich natürlich mit. Und dann machen wir noch ein paar Dörfer drumherum, damit dann wir auch ein bisschen was zu tun haben, wenn es dann darum geht, dass sich irgendwelche Dörfer vor irgendwelchen Zombies beschützen. Und es muss eigentlich alles gleich aussehen. Und es werden aber nicht so eine Dörfer wie bei uns, sondern es werden wirklich so eine, ja, Dörfer, wie man sie halt von den ganz normalen, stumpfen Dorfbewohnern kennt. So, das heißt aber, dass wir den Außenzaun lassen, beziehungsweise, ja, wir lassen den und kürzen den nur auf den Teil, also nur auf den, äh, dieser Außenzaun bleibt und der innen, der, äh, also diese Zeugne kommen weg. Dann machen wir noch ein Wassergraben drum, der sowieso zufriert. Außer natürlich, wir machen uns echt viel Mühe und packen da Lava rein. Oder machen wir da gleich vielleicht Lava rein. Oder einfach als Barriere, einfach ein 2 Meter tiefer Graben, wo dann Creeper und so einfach reinplumpsen. Ah, das weiß ich noch nicht genau. So, und dann sind doch eigentlich unsere Dorfbewohner hier gut geschützt. Dann bauen wir da noch ein Tor hin. Oder wir machen das natürlich, das wäre natürlich richtig verschwenderisch, das wäre so eine Art, ähm, ähm, na, wie sie es früher gemacht haben, diese, diese Holz-Palisaden, Palisaden, 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 glaube ich, ne? Ähm, dass man das damit macht. Warte mal, was schmeißt man jetzt raus? Uh, wir haben jetzt so viel von dem Zeug. Ui. Ich schmeiß mal das raus. Weil das können wir ja wirklich en masse produzieren. Und dann bauen wir hier erstmal, äh, ja, erstmal dieses billige Dorf und dann vielleicht, vielleicht drumherum halt einen Holzzaun. Wo die dann halt mal hochlaufen und runtergucken können und sich freuen. Also, die sind ja nicht, die sind ja mal recht neugierig. Also, ich habe mal ein paar von diesen Dorfbewohnern gebaut, kann man sagen. Also, ich habe, äh, im Creative-Mode habe ich einfach mal so ein paar Minikiksen da hingesetzt und habe denen ein Dorf gebaut. Und die sind auf jeden, auf jedes Stück, was neu war, sind die draufgestürzt und haben sich das angeguckt und sich gefreut wie, äh, weiß ich nicht was. Na ja. So. Und man könnte natürlich so eine Art Wachtürme machen mit, also nur ein Wachturm, Anführungszeichen. Das ist einfach eine Öffnung, wo ein Schneemann drin sitzt, der dann immer schießt. Ja, der macht auch genau dieses Geräusch. Ja. Und durch, dann können wir nämlich das hier auch abbauen. Und durch den Graben kommt dann auch nichts ran. Und dann baut man so eine Art Zugbrücke, also, das sieht nur aus wie eine Zugbrücke und ein Tor dahinter. Was dann einfach nur per Knopfdruck zu öffnen geht. Das heißt, wenn dann irgendwann mal später hier irgendwer lang friemelt, dann weiß er, ah, stimmt, da war noch was. Oh, das wäre sogar ein schönes, großes Dorf. Dass man einfach, ich zeige das mal so. Und es gibt halt auch nicht mehr den Eingang, sondern bloß noch den da hinten. Den lassen wir jetzt bloß, weil wir heute mal gut drauf sind. Ja. Und dann kommen da die fiesen Fotzenkopf-Zombies nebenher hoch. Gut. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das da drüben aussieht. Und dann werde ich mir auch mal ein bisschen was aufschreiben zu. Ja, also den Schienen muss man ja bloß folgen. Ihr wisst ja, ich habe ja ein paar von den, äh, ja, von diesen digitalen Personen mit Druckstellen am Kopf. Wie ich jetzt immer ganz gerne sage. Ähm, habe ich ein paar davon entführt aus ihrem Dorf. Und, äh, das würde ich wieder machen. Da wird dann wieder so eine Lore dahin geschickt. Und die wird dann hierher. Und dann diesmal aber in das andere Dorf umgeleitet. Und wenn dann da ein Haus steht, also ein Gebäude, das muss eine Tür haben, das muss, äh, Dach haben. Und dann fühlen die sich da schon total pudelwohl drin, ne? Das muss nicht mal einen Ausbau haben. Habt ihr gesehen, da war gerade der Berg weg. Und, ja, und dann züchten wir uns da unsere eigenen kleinen Dörfer, unseren Nebendörfer. Und dann haben wir immer entweder Nachschub an Problemen, weil da irgendwer zum Zombie geworden ist. Und halt auch Nachschub an, äh, ja, Dorfbewohnern. Das Gute ist, das ist auch gute 40 Block entfernt von unserem jetzigen Dorf. Also unserem Hauptdorf. Das hier sowieso, wo ich jetzt hingehe. Ja, da hab ich das ganze Eisen und das Holz. Also gut, das Holz hab ich natürlich noch extra gefarmt. Aber, äh, das Eisen, was ihr hier verbaut seht, das hab ich alles aus dem Graben, der um unser Land quasi drumherum gezogen wurde. Das hab ich alles da rausgeholt. Beziehungsweise, ähm, ich hab ja nicht alleine daran rumgebaut. Das wurde alles rausgeholt, alles gesammelt. Alles, äh, zu irgendwelchen Briketts zusammengeknetet und, ja, jetzt haben wir es hier. Und ich kann euch auch mal eine Zwischenstation zeigen, wo ich dann den einen oder anderen Dorfbewohner einfach mal zwischengeparkt habe. So, und zwar da hinten ist so ein Dreckhaus. Und ihr seht schon, wenn man durch da rankommt, das ist total lapidar gemacht. Aber, die finden das voll Hammer. Und hier ist mir einer aus einer Lore rausgefallen. Und der ist dann hier gleich rein und, oh, hat sich gefreut und sich gedreht und, ja. Wollte auch gar nicht mehr raus, weil es dunkel war, zum Zeitpunkt. Ja, und, ja, es soll halt Dörfer geben in der Umgebung. Das muss einfach sein. Die müssen ganz simpel gemacht sein, aber sollen dann trotzdem, ja, es soll gut aussehen. Ich will es dann auch in dem Style von diesem dunklen Holz, also alles, was jetzt hier, was wir ja gleich sehen werden, ist ja in einem etwas, ähm, ja, schöneren Gebiet vom Wetter her. Ja, wir sind ja da in, äh, in Berlin quasi, ewiger Winter. In dem Gebiet, wo wir jetzt gerade sind, oder da, ist ja alles Winter. Und, äh, das Gebiet, wo wir jetzt hingehen, da ist Sommer. So. Und da sind natürlich auch die ganzen Bäume heller. Und weil das nicht ganz passen würde, werden wir hier alles dann mit Stein machen. Und, halt mit dem dunklen Holz. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen, wieder Raub. Hier, hier, äh, Rohstoffraub betreiben. Boah, dieser Wald, ne? Wenn wir den einfach nieder... Oh, ein schwarzes Schaf. Und noch ein... Hey. Schwarze Schafe? Ich hab leider nichts dabei, um die zu züchten. Ja, und hier ist das Dorf. Und, ähm, das steht auch bei Wikipedia, wie viele Blöcke was darstellen. Und ich kann euch mal zeigen, ihr kennt das Dorf hier, die kam ja von der anderen Seite da rein. Dann hab ich die hier rausgeholt. Und ich weiß gar nicht, ob das Haus hab ich neu gemacht. Das hab ich auf jeden Fall neu gemacht. Da seh ich gerade. Wohnt hier noch irgendwer drin? Hallo? Also, als wir das Dorf verlassen haben, da waren hier noch Leute drin, ne? Aber ich weiß ja nicht, was aus denen geworden ist. Hier ist einer. Ein Wunderschön. Ihr seht ja das Dorf, oder das Haus gleich adoptiert. Hier ist auch keiner drin. Hm. Und da ist, glaub ich, noch einer. Oder? Eigentlich müssten die sich doch jetzt... Na, komm. Eigentlich müssten die sich doch fortpflanzen, oder? Guck mal, wie viel Weizen hier ist. Da können wir ja doch ein bisschen züchten. Hier ist einer drin. Wunderschönen Guten. Und hier? Oh, jetzt kommen die alle raus. Okay. Gut. Und jetzt werde ich mir mal ganz kurz aufschreiben. Ähm. Wie ist das hier gemacht? Schön sieht's nicht aus. Aber... Das ist so die Bau... Guck mal, eins. Zwo. Hab ich da hinten noch einen gesehen? Nö. Na, pflanzt euch doch mal fort. Hier, guck mal. Schau dir seine Glatze an. Oder ihre. Ich weiß nicht, ob es Mann oder Frau ist. Hier, das ist doch heiß. Hm. Heiß sag ich da nur. Gut. Jetzt nehme ich mal ganz kurz einen Stift und einen Shadow. Und, ähm... Weil das, glaub ich, ein bisschen zu langweilig für euch wäre, werde ich das ganz kurz mal offscreen aufschreiben. Und, äh... Ja. Und wenn ich das alles aufgeschrieben habe, wie man die ganzen Gebäude baut, mir dann meine Skizzen zugemacht habe, die natürlich aussehen wie aus der ersten Klasse, dann hole ich euch wieder dazu. Und... Dann geht's weiter mit dem Bauen. Und dann bauen wir hier alles... nur viel schöner. Bis dahin... Ähm... Ein künstlerisches Schö. Guck, guck. So, und damit zurück. Wir sind wieder hier. Ich hab mal... Das hab ich noch angeglichen. Das sieht man, glaub ich, sogar. Oh. Aber ich komm halt nicht mehr ran. Das war doof. Ja, ähm... Na, das eine Stück, das ist zum Kleinen Lehm. Ich will's wieder haben. Ähm... Wir werden erstmal von diesen Kleinhäusern ein paar bauen. Und... Dann erst später davon welcher. Weil die natürlich ein bisschen sparner sind. A, vom Platz. B, vom... Vom Bauaufwand. Ich seh' gerade... Da oben muss noch was drauf. Aber warte mal, das sieht doch dann blöd aus. Hab ich das da gebaut? Das glaub' ich aber nicht. Einfach mal behaupten. Na, das war ich nicht. Nö, 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 nö. Das könnte vielleicht erklären, warum da keiner rein will. Nö. Das ist auch bloß zwei breit, ne? Die sind alle drei breit. Und... Das ist auch so... Tief, besser gesagt. Die sind ja tief und die alle sind... Ich guck' gerade. Das Haus war aber schon da gewesen. Ich hab' mich an dem so'n bisschen... Ist ja egal. Baustil ist Baustil. So, und wir gehen jetzt erst mal zurück. Zurück. Und werden, ähm... Genau, M werden wir machen. Wir werden auf dem Weg dahin hier mal im Wald ein bisschen rohnen. Ich gucke gerade. Was können wir eigentlich loswerden? So. Damit es nicht ganz so hässlich aussieht, gehen wir hier irgendwo einfach mal rein. Oh, guck' man. Ein Hund, die... Ein wildes. Und wir werden jetzt einfach mal ein paar Bäume kaputt klopfen. Denn dieses Holz werden wir noch ganz gut gebrauchen können. So ein Stack oder so. Das tut dem Baum ja nicht weh. Davon abgesehen, dass wir ihn gerade abholzen. Sollen sie das nicht so haben. Ne? So. Bäume haben auch Gefühle. Bäume sind auch nur Menschen. Hm, hm. Außerdem sind Bäume... Äh, außerdem sind Bäume ja hart im Leben. Also... Sollten sie jeweils sein. Ihr könnt ja gerne mal so einen Eigenversuch starten. Einfach mal mit der blanken Faust gegen den Baum schlagen. Ja. Genau. Dann werdet ihr nämlich genau dieses Geräusch... Ein Augenblick mal. Seid ruhig. Äh, werdet ihr genau dieses Geräusch machen. Ein Quietschen, ein hohes Quietschen, weil es bestimmt ganz doll wehtut. Hm, hm. So. Ich denke mal, wir werden hier nie wieder irgendwas machen. Also wir werden hier wahrscheinlich nie was bauen. Das heißt, uns stört das gar nicht, wenn wir hier alles abholzen. Außer natürlich... Außer natürlich... Naja, wir wollen mal hier aus diesem Dorf nochmal ein größeres Dorf machen, dann vielleicht. Aber dann müssen wir ja eh alles wegruhen. Ach, das passt schon. Und wenn, dann pflanzen wir den Wald einfach wieder an. Oder, noch besser, wir bauen einen See. Warum weiß ich jetzt schon, dass bei vielen Leuten gerade die Gesichtszüge in Glitten sind? Das ist ja wie so ein Zugunglück. Ach, war nun Spaß. Sowas mache ich ja nicht. Moment mal ganz kurz. So. Da muss ich mal ganz kurz gucken gehen. Ja, also. Einigen von euch sind da bestimmt gerade die Gesichtszüge so ein bisschen von Dannen geglitten. Aber, keine Sorge, wir bauen keinen See. Das Einzige, was mit dem See zu tun hat, wir werden ja ein Dorf unterirdisch bauen. Mal, wo kommt das her? Okay. Und dafür müssen wir den See ein bisschen nach unten erweitern. Aber das ist ja nur Ausgraben quasi. Das ist ja nicht wirklich... Wir bauen ja nicht wirklich einen See. So. Gut. Damit haben wir schon mal wieder ein bisschen was zusammen. Und können jetzt freudestrahlend weiterziehen. Wenn ich den Weg finde. Und ich darf nicht so viel hüppeln. Wow. Guck mal, wie böse der guckt. Böse Blick. Obwohl es so simpel gemacht ist... Warum sind hier so viele Hunde? Ist hier irgendwo eine Höhle. Ähm... Nein, obwohl es so simpel gemacht ist, erkennt man die Mimik so toll. Ach ja. Das finde ich immer wieder herrlich. Ein Hexenhaus fehlt mir hier irgendwie. Ich weiß, dass es hier irgendwo eins geben muss. Schon wieder ein schwarzes Schaf. Von wegen selten. Hier, schwarze Schafe und selten. Die, schwarze Schafe und zugame. Vielen Dank.